Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Heute haben wir für dich ein ganz spezielles Workout uns ausgedacht, und zwar ein Workout mit Stuhl. Hierzu musst du dir einen Stuhl holen oder einen Hocker, idealerweise ohne Armlehnen. Der Dominik wird heute trainieren, ich werde ihn anleiten, euch ein bisschen was erklären und dazu sagen. Zum Ablauf für heute, wir haben uns sechs Übungen für euch ausgedacht. Hiervon werden wir zwölf Wiederholungen machen und insgesamt drei Runden. Wir wünschen dir viel Spaß und los geht's! Erste Übung, hierzu gehen wir mit den Füßen bitte auf euren Stuhl, auf euren Hocker und wir gehen in eine Position wie beim Unterarmstück. Das heißt, wir senken die Arme ab, legen uns auf den Unterarm ab. Zwölf Wiederholungen, indem wir sechsmal das linke Bein und sechsmal das rechte Bein leicht anheben. Achtet darauf, dass ihr Bauchspann und haltet, dass ihr im Bereich des Rumpfes stabil bleibt, keinen nicht in der Hüfte durchhängt und diese Bewegung kontinuierlich und dynamisch ausführt. Sehr gut! Aus dieser Position gehen wir über und machen etwas für unsere Trizeps. Wir machen Dips mit dem Stuhl, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Hierzu greifen wir bitte die Seite unseres Stuhls oder unseres Hockers, gehen mit den Füßen ein kleines Stück nach vorn, bauen Körperspannung auf, senken jetzt unser Gesäß langsam Richtung Boden ab und drücken uns wieder nach Boden. Hiervon auch wieder zwölf Wiederholungen. Sehr gut! Je tiefer, umso näher muss euer Trizeps arbeiten, bestimmt selbst den Weg, wie weit ihr kommt. Sehr gut! Kurz durchatmen. Bevor wir mit unserer dritten Übung weitermachen, die dritte Übung kennt ihr vielleicht auch schon, Bergsteiger-Mautenkleider. Hierzu greifen wir bitte die Seite wieder unseres Hockers, unseres Stuhls, gehen in eine Position, die den Liegestütz gleichkommt und wir machen zwölf dynamische Bewegungen. Das heißt, rechtes Knie Richtung rechten Ellenbogen und linkes Knie Richtung linker Ellenbogen. Hier dürft ihr wirklich Tempo und Gas geben. Sehr gut! Achtet bei dieser Bewegungsausführung auch wieder darauf, dass wir Spannungen im Bauch halten, stabil sind und einen geraden Rücken haben. Sehr gut! Nächste Übung. Hierzu gehen wir bitte in den Vierfüßlerstand. Zur Bewegungsausführung. Wir strecken ein Bein aus, gehen neben den Stuhl, heben jetzt das Bein über unseren Stuhlhocker auf die andere Seite. Hiervon zwölf Bewegungen pro Bein. Sehr gut! Sehr gut, Dominik. Gute Bewegungsausführung. Schön weit nach oben und auf der anderen Seite wieder absenken. Und ein bisschen was von der Gesäßmuskulatur mit dabei. Wunderbar! Wir tauschen die Seite. Streckt wieder einen Bein aus. Hebt es über den Stuhl und senkt es auf der anderen Seite ab. Wir bleiben in der Position Vierfüßlerstand. Sehr gut! Super! Das war schon Übung Nummer 5. Eine Übung haben wir noch für euch. Bevor wir in die zweite Runde gehen. Hierzu greifen wir wieder die Seite unserer Stuhls, unseres Hockers. Wir strecken ein Bein nach hinten aus, ziehen das Knie nach vorne an und kicken nach hinten oben weg. Auch hiervon zwölf Wiederholungen pro Bein. Sehr gut! Achtet auch hier drauf, dass ihr möglichst viel Spannung in der Bauchmuskulatur aufbaut, dass wir unsere Rückenmuskulatur angespannt sind, dass wir gerade sind und dass wir eine kontinuierliche dynamische Bewegungsausführung haben. Nach zwölf Wiederholungen tauscht ihr eure Seite und macht den gleichen Ablauf mit dem anderen Bein. Sehr gut! Wir geben euch jetzt 30 Sekunden Pause. Danach gehen wir in die zweite Runde. Wohnt euch was zu trinken, atmet durch. 20 Sekunden. Noch 10 Sekunden. So langsam schon mal bereit machen. Wir starten wieder mit den Planks, mit dem Unterarmstütz. 3 2 1 Wir starten. Ihr geht wieder in den Unterarmstütz. 6 Mal das Bein links, 6 Mal das Bein rechts anheben. Achtet wieder drauf, dass ihr Spannung in eure Bauchmuskulatur bekommt, dass euer Rücken gerade ist und dass wir hier eine kontinuierliche Bewegungsausführung haben. Sehr gut! Das ist so gut gemacht. Übung Nummer 2. Wir gehen in die Dips. Wir gehen in die Dips. Auch hier wieder für den Trizeps. Wir greifen die Seite unseres Stuhls, wir greifen die Seite unseres Hockers, gehen mit den Füßen etwas nach vorne, dass das Gesäß frei über den Boden hängt. Und das Gesäß so tief es geht absenken, ohne auf dem Boden abzusitzen. Und wir machen wieder 12 Bewegungen. Sehr gut, dass ihr das gemacht habt. Unsere dritte Übung war der Bergsteiger, der Mountain Climper. Hierzu gehen wir gleich in eine Liegestützposition, greifen die Seite des Schulz, baut Körperspannung auf und auch dann hier wieder eine dynamische Bewegungsausführung rechter Ellenbogen zum rechtes Knie zum rechten Ellenbogen, linkes Knie zum linken Ellenbogen. Wenn ihr bereit seid, starten wir. Sehr gut. Ihr habt schon wieder die Hälfte geschafft in der zweiten Runde. Unsere dritte Übung. Hierzu gehen wir wieder in den Vierfüßlerstand. Wir strecken ein Bein zur Seite neben dem Hocker, neben unseren Stuhl. Heben das Bein nach oben ab. Einmal über den Stuhl Hocker und auf der anderen Seite, soweit es geht, nach unten. Hier jeder für sich, soweit ihr die Bewegung schafft. Und auch hier machen wir wieder 12 Wiederholungen pro Bein. Sehr gut. Wenn du 12 Wiederholungen gemacht hast, tauschen wir die Seite. Das heißt, wenn du das rechte Bein genommen hast, linierst das linke. Wenn du das linke Bein hattest, linkst du das rechte. Streck es aus und führe es über den Hocker über deinen Stuhl hinweg. Setz es auf der anderen Seite ab. Mach die Bewegung, soweit du es schaffst. 12 Wiederholungen. Sehr gut. Letzte Übung in der dritten Runde. Hierzu greifen wir wieder die Seite. Strecken ein Bein nach hinten aus. Führen das Knie langsam nach vorne und kicken nach hinten oben weg. Zwölf Bewegungen und Bein. Zwölf Bewegungen und Bein. Sehr gut. Auch hier wieder 30 Sekunden Pause, bevor wir in die dritte und letzte Runde starten. Die Hälfte der Pause ist rum. Mach dich schon so langsam wieder bereit, um mit uns in die letzte Runde zu starten. Wir starten wieder mit dem Unterarmstütz, mit dem Plank. Hierzu gehen wir mit den Füßen wieder auf unsere Sitzfläche. Wir machen uns bereit. 3, 2, 1. Bauchkörperspannung auf. Finde erst eine stabile Position und dann heben wir wieder pro Seite unser Bein sechsmal ab. Sehr gut. Achte darauf, dass deine Bauchmuskulatur fest angespannt ist, dass dein Rücken gerade bleibt, dass wir wenig Bewegung in unserem Körper direkt selbst haben. Sehr gut. Langsam nach oben. Nimm dir kurz die Zeit, bevor wir in die zweite Übung gehen. Die zweite Übung machen Lips. Hierzu greifen wir an die Seite des Hockers, an die Seite des Stuhls. Mit den Füßen gehen wir relativ weit nach vorne. Auch hier ist es wieder wichtig, dass wir Körperspannung aufbauen, bevor wir mit der Bewegung starten. Finde eine stabile Position. Wir senken das Gesäß nach unten ab, ohne komplett zu sitzen und drücken uns wieder nach oben. Hiervon zwölf Wiederholungen. Seben. Das war schon die zweite Übung. Drei kommen noch auf dich zu. Ich habe hier wieder eine kurze Pause. Letzter Durchgang, du hast es gleich geschafft. Wir machen den Bergsteiger, den Mountain Cliper. Hierzu greifen wir wieder die Seite des Stuhls oder unseres Hockers. Wir gehen erst wieder in eine Position, die ähnlich an der Liegestütze ist. Baut wieder Körperspannung auf. Danach das rechte Knie zum rechten Ellenbogen und das linke Knie zum linken Ellenbogen. Diese Bewegung können wir wieder relativ dynamisch ausführen. Wir starten auf drei, zwei, eins und zwölf. Dynamische Wiederholungen. Sehr gut machst du das. Zwei Gebogen warten noch auf dich. Wir bewegen uns wieder. Echte Vierfüßlerstand. Knie auf den Boden. Strecke ein Bein neben den Hocker oder neben deinem Stuhl, den du dir vorbereitet hast, aus. Bau wieder Körperspannung auf. Hebe das Bein nach oben und senke es auf der anderen Seite des Stuhls ab. Zwölf Wiederholungen pro Bein. Mach deine Bewegung so weit du kommst, wenn du es nicht mehr ganz auf die andere Seite schaffst. Das ist kein Problem. Achte darauf, dass du deine Bauchmuskulatur hier wieder fest anspannst, dass dein ganzer Körper fest angespannt bleibt bei der Bewegungsausführung. Nach zwölf Wiederholungen tauschen wir die Seite. Wenn du das rechte Bein genommen hast, nimm jetzt das linke. Wenn du dein linkes Bein genommen hast, nimm jetzt das rechte. Sehr gut. Sehr gut machst du das. Das ist gleich geschafft. Eine Übung wartet noch auf dich. Hol nochmal tief Luft, dass wir in der letzten Bewegung, in der letzten Übung nochmal Gas geben können. Wir greifen wieder die Seite des Stuhls. Nehmen eine stabile Position ein, beugen unseren Körper gerade nach vorne über. Wir ziehen jetzt ein Bein Richtung Brust und kicken wieder nach hinten oben weg. Hiervon auch wieder zwölf Wiederholungen pro Bein. Wir starten. Drei, zwei, eins und los geht's. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, noch einmal zwölf. Super. Die Hälfte von der letzten Übung hast du schon geschafft. Einmal wechseln wir noch das Bein. Wir machen uns bereit. Wir ziehen wieder das Knie und den Brust und zwölf Mal nach hinten oben kicken. Drei, zwei, eins und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Sehr gut hast du das gemacht. Wir hoffen du bist genauso ausgepowert. Wir hoffen du hattest viel Spaß bei der Übung und bei den Übungen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.